So, und damit herzlich willkommen hier zu einer kurzen Ankündigung bezüglich OroDrax Simulator 2. Und zwar habt ihr die letzten Folgen wahrscheinlich schon mitbekommen. Stützt mir das Spiel immer bei der zweiten Folge, die ich aufnehme, ab. Ne, das war jetzt falsch nicht das Spiel, die stützt ab, sondern aus irgendeinem Grund bricht die Aufnahme ab. Das heißt also, ich kann eine Folge aufnehmen, dann kann ich keine weitere aufnehmen, müsste den Rechner neu starten, dann funktioniert es wieder. Ich weiß aktuell überhaupt nicht, woran es liegt. Ist auch relativ schwer zu erraten, muss ich zugeben, weil bei allen anderen Dingen funktioniert es ja eigentlich nur eben bei OroDrax Simulator 2. Bleibt er eben in der zweiten Aufnahme so gegen Ende meistens stecken. Ich habe es auch versucht mit kürzeren Dingen, funktioniert ebenso nicht. Deswegen werde ich den OroDrax Simulator 2 jetzt mal pausieren. Es tut mir eigentlich leid, weil ich hatte doch sehr viel Spaß dran. Ich werde jetzt den Spielstand noch so weit fertigstellen, also ich werde die Aufträge fertig fahren. Das Spiel funktioniert, ja. Und unseren LKW dann abstellen. Vielleicht haben wir ja in einer späteren Zeit noch Zeit, dass wir da weiterspielen. Als Alternative habe ich schon das ein oder andere Ding im Blick. Aber dazu seht ihr es ja dann, wenn es rauskommt. Und damit bin ich dann auch erstmal hier weg von der Ankündigung. Wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann.